Redefiner Handelsgesellschaft MbH Unsere Kernkompetenz ist seit 20 Jahren der Handel mit gebrauchten Nutzfahrzeugen, Aufliegern, Anhängern und teilweise auch mit Baumaschinen. Wir bieten Verkauf, Ankauf und Vermietung. Unser Service sind Finanzdienstleistungen und Zollabwicklungen. Preisermittlungen, Kommissionshandel und Sicherstellungen sind unser Service für Banken und Leasinggesellschaften. Auf unserer 15.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche haben wir immer ca. 40 bis 60 Fahrzeuge im Bestand. Das Ziel unserer sechs langjährigen Mitarbeiter ist eine hohe Kundenzufriedenheit und das Aufrechterhalten und Pflegen von langjährigen Geschäftsbeziehungen. Unser Unternehmen handelt nach den alten kaufmännischen Grundsätzen, wobei der Handschlag und das gesprochene Wort noch bindend sind. Sie finden uns in Redefien direkt an der B5 oder in unserer Niederlassung in Hamburg. Ich bin Redefien direkt an der B5 oder in unserer Niederlassung in der B5 oder in der B5.